I don't belong here in heaven Aber das Ziel von diesem Pass ist es, Zuschauer-Karte an zweite Stelle zu bringen Den Pass, den ich euch zeige, der macht das Ganze auf eine richtig, richtig riskante Art und Weise Und es ist wichtig, dass ihr den selbstbewusst performt Den Rest sage ich euch gleich dazu Schnappt euch am besten schon mal eure Karten, ich gehe gleich rüber in Ego-Perspektive Und erkläre euch das Ganze so, dass ihr dann direkt, während ich das Ganze vormache, mitmachen könnt Falls du sonst weitere Kartentechniken sehen willst, habe ich dir daraus eine Playlist gemacht Karten in ihrer Position im Deck kontrollieren, kontrolliert Mischen und so weiter Bestimmte Passes, bestimmte Falls-Cuts, alles in meiner Playlist-Karten-Trick-Techniken Die erscheint hier oben in der Infokarte Und jetzt habe ich genug geredet, ihr wollt alle den Bluff-Pass sehen, ihr kriegt ihn Auf geht's Von der Durchführung her würde ich den Bluff-Pass auf meiner Schwierigkeitsskala eine solide 2 von 10 geben Ganz, ganz, ganz einfache Technik, für jeden Anfänger geeignet Aber, wenn ihr die selbstbewusst aufführt, kommt die sehr gut an Was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt Okay, der Bluff-Pass, was ist das überhaupt? Der Zuschauer würde eine Karte ziehen, sagen wir mal hier diese Herzdame Die behält er in seiner Hand Der Eindruck, den wir jetzt erwecken wollen, ist, wir nehmen ungefähr eine Hälfte vom Kartendeck weg Der Zuschauer darf seine Karte hier hinlegen Und der Rest kommt wieder oben drauf So soll es für den Zuschauer aussehen Wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Karte aber an zweiter Stelle landet? Nehmen wir mal an, der Herzkönig ist jetzt die Karte des Zuschauers Wie erreichen wir es jetzt, dass er an zweiter Stelle landet? Das Ziel, das wir haben ist, wir wollen es nachher so aussehen lassen Als wäre die oberste Karte das restliche Kartenspiel, die Hälfte davon Hier kommt die Zuschauerkarte hin, als würde er die ungefähr auf diese Höhe reinstecken Und der Rest des Kartendecks, der aber nur die oberste Karte ist, kommt hier oben drauf Das ist der Eindruck, den wir erwecken wollen Ich zeige euch das einmal von vorne, dass ihr seht Das sieht echt nicht schlecht aus Was tun wir also, um diesen Effekt zu erzielen? Ihr holt euch einen Pinky-Break unter der obersten Karte Ihr wisst alle, wie das geht Oberste Karte zur Seite schieben Kleinen Finger da drunter bringen Und zack, schon haben wir hier einen Break Der darf auch ruhig etwas größer sein, also der darf gerne so groß sein Denn wir wollen jetzt mit unserer rechten Hand gleich hier hingehen und die oberste Karte nehmen Als wäre es hier die Hälfte vom Deck Um es perfekt nachmachen zu können, als würden wir die Hälfte vom Deck nehmen Müssen wir uns natürlich genau analysieren, uns genau angucken Wie würde man normalerweise abheben? Wie nimmt man sich so eine Hälfte? Wir gehen normalerweise mit unserer rechten Hand hier von oben hin Schnappen uns so die Hälfte vom Deck Gehen hier hin und jetzt fallen uns zwei Dinge auf Erstmal die Handposition unserer rechten Hand Hier diese vier Finger verdecken nämlich die Sicht von vorne Zack, wenn wir uns so eine Hälfte nehmen Erstens das Zweitens unsere Finger hier Wenn wir das ganze Deck halten Dann sieht man die Finger Kuppen Und wenn wir eine Hälfte ungefähr abnehmen Sieht man plötzlich viel mehr von den Fingern hier überall Und wenn dann die andere Hälfte wieder drauf landet Sieht man nur noch die Kuppen So sieht also ein authentisches Hälfte Abnehmen aus Und das simulieren wir jetzt mit einer einzigen Karte Pinky Break holen Und jetzt gehen wir mit unserer rechten Hand hier vor Verdecken mit den vier Fingern vorne für einen kurzen Moment die Sicht Schnappen uns diese Karte Halten sie aber gerade Nicht biegen, das ist der Schlüssel Das ganze gerade packen und in einer geraden Bewegung wegführen Nicht verbiegen oder so Ja, also nicht so packen Das wollt ihr auf keinen Fall Denn das sieht man sofort, dass es dann nur eine Karte ist Pinky Break und Zack So, und jetzt zum mitmachen Ich weiß, da waren ein paar Schnitte und so weiter drin Und jetzt, ihr habt alle eure Karten in der Hand Jetzt machen wir es zusammen in Echtzeit gleichzeitig Also, ich schiebe die oberste Karte zur Seite auf meinen kleinen Finger Holen mir dadurch ein Pinky Break Meine rechte Hand kommt, verdeckt mit den vier Fingern hier hinten die Sicht Mein Daumen kommt und schnappt die Karte gerade, ohne Kurve Und jetzt wollen wir erzielen, dass unsere Finger viel mehr zu sehen sind Das heißt, normalerweise liegt das Deck so in unserer Hand Wir lassen es jetzt aber weiter runterrutschen und lassen so unsere Finger überstehen Ja, ich hoffe, ihr versteht das alle Das hier wäre die Ausgangsposition Alle jetzt einmal bitte mitmachen Also, Pinky Break holen Rechte Hand kommt Vier Finger verdecken vorne die Sicht Daumen kommt Gerade das Deck abheben und in dem Moment, in dem wir es abheben Ich hoffe, ihr seid alle noch nicht schon weitergegangen In dem Moment, in dem wir es abheben Das Deck hier weiter unten in die Finger reindrücken Und so die Finger überstehen lassen Pinky Break Hand kommt Und in dem Moment das Deck weiter nach unten holen Zack Jetzt stehen unsere Finger über und es sieht von vorne Wenn wir das Deck noch ein wenig nach unten neigen Sieht es von vorne für den Zuschauer aus So kriege ich das nicht hin Ach, stell es euch einfach vor Als hätten wir jetzt nur noch die Hälfte vom Deck in der Hand Oder zwei Drittel, wie auch immer Der Zuschauer legt seine Karte hier hin Dafür hatten wir ja jetzt den Herz König Der Zuschauer legt seine Karte hier auf das Deck drauf Und wir kommen mit dem Rest vom Deck Der ja nur diese eine einzige Karte hier ist Wieder Legen es authentisch hier drauf Mit den Fingern rutschen wir wieder runter In normale Ausgangsposition Und jetzt machen wir noch einen entscheidenden Schlüsselmove Nämlich, zeig euch das nochmal Hier ist der Herz König Ich leg den jetzt nach oben, damit ihr seht was passiert Wir sind in dieser Position Der Zuschauer legt seine Karte hier drauf Wir kommen mit dem Rest vom Deck Zack Und jetzt, während wir mit den Fingern hier in die Ausgangsposition wieder runterrutschen Schnappen wir uns hier Ungefähr ne Hälfte oder so Und dribbeln die einfach runter Denn dadurch erweckt es noch den Anschein Als wären wir hier mit dieser Hälfte vom Deck her gekommen Hätten die draufgelegt und wären noch einmal durchgeriffelt Das ist perfekt, um ein letztes Mal noch diesen Eindruck so ein bisschen noch zu pushen Dass wir hier wirklich die Hälfte vom Deck in der Hand hatten Ich hoffe ihr seid alle mitgekommen Ich fasse einmal zusammen Unser Ausgangsgriff, der ganz normale Mechanics Script Die Finger gucken, gucken, oben über die Karten drüber Der Zuschauer hat seine Karte in der Hand Wir holen uns einen Pinky Break Zack, haben den hier Der von vorne aber nicht sichtbar ist Zur Not könnt ihr hier mit dem Daumen ein bisschen draufdrücken Damit der unsichtbar wird Falls er jetzt vorne bei euch hier einen Spalt werfen würde Könntet ihr diesen Spalt mit dem Daumen so verdecken Auf jeden Fall haben wir den Pinky Break Kommen mit der rechten Hand Schnappen uns die oberste Karte Die anderen Finger rutschen hoch Zack Wir bringen die Karte zur Seite Der Zuschauer legt seine Karte hier hin Wir kommen mit dem Deck zurück Legen das Ganze hier drauf Finger rutschen runter Und gleichzeitig riffeln wir eine Hälfte vom Deck durch Und schon haben wir den Anschein erweckt Als wäre die Karte ungefähr in der Mitte des Decks begraben Sie ist aber jetzt an zweiter Position gelandet Perfekt um sie beispielsweise durch einen Double Lift sichtbar zu machen Wir können jetzt auf jeden Fall bei Kartentricks weitermachen Und zum Abschluss, da ihr jetzt wisst wie das Ganze geht Zeige ich euch den noch einmal von vorne aus Zuschauersicht Der Zuschauer wählt eine Karte Sagen wir mal er entscheidet sich hier für die Kreuz 3 Die darf er jetzt in der Hand halten Ich hole mir einen Pinky Break Zack Geh mit meiner Hand hier rüber Schnappe mir die oberste Karte als wäre es viel mehr Natürlich muss der Winkel dann passen Übt das vom Spiegel In welchem Winkel ihr das abhebt Wenn ihr die natürlich so zur Seite dreht Sieht man natürlich, dass das nur eine Karte ist Aber das würdet ihr mit so einem Stapel auch nicht machen Ihr würdet hier einfach hingehen und den zur Seite tun Und das hier steht dann im Vordergrund Das wollt ihr bezwecken Also Pinky Break Ich geh mit meiner Hand hier rüber Zack Bring die gerade weg die Karte Und in dem Moment in dem ich das tue Pinky Break Zack Rutsche ich mit den Fingern hier höher Dadurch stehen die Finger viel weiter ab Und dadurch, dass ich das Deck nicht so den Zuschauer zeige Sondern so runter geneigt Ein wenig Erweckt es den anscheinend Als wäre hier nur noch ungefähr eine Hälfte der Karte Der Zuschauer legt seine Kreuz 3 an diese Stelle Wir haben die oberste Karte immer noch in diesem Griff Und zwar hier vorne ungefähr Die Finger stehen immer noch über Wir haben das Deck immer noch runter geneigt Und jetzt kommen wir hier hin Legen das Ganze drauf Finger rutschen runter Und ich dribbel Und in hoher Geschwindigkeit sieht das Ganze dann so aus Nachdem ich mir den Pinky Break geholt habe Das mache ich am besten während der Zuschauer zum Beispiel seine Karte anschaut Fingerkuppen sind gerade so zu sehen Ich gehe hier rüber Schnappe mir die oberste Karte Der Zuschauer legt seine Karte hier hin Man sieht viel mehr von meinen Fingern Ich komme wieder und dribbel einmal durch Zack Und schon haben wir die Karte des Zuschauers an zweite Position gebracht Hier ist jetzt die Kreuz 3 gelandet Und unser Pass ist gelungen Jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit selbstbewusst Wenn ihr hier ganz zögerlich hier hingeht Die Karte langsam abhebt Oder damit versucht herumzuspielen Um lässiger zu wirken Oder ihr spielt herum, weil ihr nervös seid Sobald ihr nervös seid Und das nicht als selbstverständlich durchzieht Sondern euch anmerken lasst, dass ihr gerade schon zaubert Der Zuschauer weiß ja, dass ihr zaubert an irgendwelchen Stellen Ihr schummelt Natürlich schummelt ihr, weil Zauberei gibt es ja nicht Natürlich schummelt ihr Das weiß der Zuschauer natürlich Aber er soll nicht sehen, wann ihr das macht Er soll gar nicht sehen, dass ihr in dem Moment, in dem der Zuschauer einfach seine Karte da hinlegen soll Und ihr tut die Hälfte vom Deck wieder drauf Dass ihr in dem Moment schon zaubert Das darf der Zuschauer nicht merken Also selbstbewusst das Ding rocken, als wäre es völlig normal Ihr geht hier rüber, zack Völlig normal legt der Zuschauer seine Karte hier hin Ihr geht hier drauf und riffelt einmal durch Total locker und easy, als hättet ihr wirklich das gemacht, was ihr gerade vorgebt gemacht zu haben Ich würde es nicht zu krass kommentieren So, jetzt nehme ich mir ungefähr eine Hälfte vom Deck Genau hier meine rechte Hand und bringe sie hier hin Dann legst du deine Karten jetzt hier, wo man meine Finger mehr sieht Was ja bedeutet, dass ich hier nur noch die andere Hälfte habe Leg mal hier deine Karte hin Ich komme zurück und dribble einmal durch Auf keinen Fall, ja? Das ist ein No-Go Das dürft ihr auf keinen Fall machen Kommentiert im Sinne von Jo, ich hebe ungefähr hier ab Leg mal deine Karte da hin, ja? So, der Zuschauer legt seine Karte da hin Okay, so und der Rest vom Deck kommt wieder oben drauf Und jetzt machen wir weiter So, so würde ich es machen Klar, jeder hat seinen Stil Aber ich würde es halt elegant versuchen zu lösen Und das war der Bluff Pass So, ich hoffe, ihr habt jetzt aus dieser Erklärung was gelernt Das war der Bluff Pass, meine Damen und Herren Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich Wie das YouTuber am Ende von der Videonummer sagen Immer einen Daumen nach oben freuen, ich weiß, das nervt Aber es würde mich halt unterstützen Deswegen erinnere ich da gerne mal dran Und aus Rache geben die jetzt alle Daumen runter Ich seh das schon im Kommentar Bruder, warum red ich so, Bruder? Bruder, voila, warum red ich so? Für weitere Kartenträgtechniken Hab ich am Anfang vom Video schon gesagt Könnt ihr euch meine Playlist anschauen Gibt's oben in der Infokarte verlinkt Infokarten funktionieren sowohl auf PC als auch auf Handy Ist also eine richtig coole Sache Dann brauch ich nicht so Anmerkungen und Videobeschreibungslinks Für die nächste Kartenträgtechnik Nächsten Monat Könnt ihr mir ja schon mal in die Kommentare schreiben Was ihr da gerne sehen wollt Solange es jetzt nicht so heftig fancy ist So, kannst du mal eine Bridge machen, die so 30 Meter lang geht So, ich kann so hoch Und das so auf 30 Meter Ansonsten, da ich das dauernd gefragt werde Und garantiert auch jetzt zu dem Video gefragt werde Sag ich's jetzt schon mal Und falls ich diese Frage trotzdem in den Kommentaren lese Werde ich sie nicht beantworten Ich werde in meinen Videos immer nach den Kartendecks gefragt Bicycle, sponsort mich mal Ich will das mal als Product Placement machen Aber das fühlt sich dann immer so an Als ich da Werbung für machen Aber ihr fragt einfach alle danach Weil viele fragen werden Welches Kartendeck ist das? Dieses Kartendeck ist das BrosMind Deck von Bicycle Kein Product Placement Aber ihr fragt da immer nach Ich mein, ich fände es cool Wenn ein Bicycle mich dafür bezahlen würde Aber tun seid nicht Und wo kriegt man das her? Ich bestell meine Decks immer im Internet bei Amazon Also auch die Frage ist jetzt geklärt Aber ich mach da noch mein eigenes Video zu guten Kartendecks und so weiter Okay, danke fürs Anschauen dieses Videos Zu meiner linken Seite verlinke ich euch in dieser Endcard mein letztes Video Das war die letzte Folge Dein Trick Ein sehr cooler Kartentrick Einfach anschauen Und links von mir verlinke ich euch sonst einen weiteren Sehr, sehr coolen Zaubertrick Indem ihr diesen Bluff Pass gerne anwenden könnt Ich habe in der Performance von dem Video zwar den Marlo Tilt verwendet Um die Karte an zweite Stelle zu bringen Aber ihr könnt, da ihr dieses Video jetzt geschaut habt Den Bluff Pass mit durchführen Viel Spaß bei den beiden Videos Wir sehen uns am Sonntag zu einer Spezialfolge Dein Trick Ihr werdet sehen, was ich damit meine Sonntag 14 Uhr Bis dahin, euer MrTricksXL Ciao Das war der Bluff Pass, meine Damen und Herren Ey, du hast so gar keine Ja, ich mache ja schon einen Up-Mod und dann mache ich die Erklärung, weisch Ja, so und du bist so Are you behind, Alter? Das ist ja erst mal ein bisschen Wenn dir das ganze gefallen hat, würde ich mich n***er geben die jetzt alle Daumen runter Ich seh das schon kommen, Alter Bruder Warum richtig so, Bruder? Bruder Wala Warum richtig so? Fresse halten Fresse du halten? Doppel Gummimauer Doppel Gummimauer